Dieser Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Neun Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Sufix, Kindersitzbefestigung, Partygefilter, Tempomat, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,8 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017